3. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der kleine Tannenbaum von Unbekannt Es war im Sommer gewesen. Da hatte eine kleine Tanne mitten unter einem Wald von mächtigen Eichen und schlanken Buchen gestanden und hatte das Köpfchen geduckt und gedacht, was bist du doch klein und hässlich. Was Es dachte, sagten die Eichen ganz laut, und wenn sie mit dem Winde Haschen spielten und dem Tännchen ein ganz klein bisschen ängstlich zumute ward, lachten sie höhnisch. Wie kommt es nur, dass du elender Wicht unter uns geraten bist, sagten sie. Aber bilde dir nur nichts ein, du gehörst doch nicht zur Verwandtschaft. Die Buchen sprachen nichts, sie waren zu vornehmen dazu. Aber wenn der Tannenbaum zu ihnen aufsah, dann wandten sie sich säuselnd ab. Wir grüßen ihn nicht, sagten sie zu den Eichen. Man weiß ja doch nicht einmal, wer seine Eltern waren. So kam es, dass der kleine Tannenbaum ganz allein dastand und keinen einzigen Freund hatte. Die Vögel wollten nichts von ihm wissen. Deine Blätter stechen, meinten sie. Aber daraus machte er sich nichts. Er wurde stolz, der Kleine. Ich hab's eben inwendig, sagte er. Man sieht nur dabei, was Schönheit ausmacht. Die Welt ist sehr oberflächlich. Bald darauf wurde es ihm aber doch zu toll. Es wurde ein großes Herbstfest im Walde gefeiert. Und die Bäume taten ihre schönsten Kleider an. Grün mit gelben Punkten, braun und rot. Wenn die Sonne schien, sah's prächtig aus. Nur unsere Tanne hatte ihren grünen Kittel an. Denn sie war nicht eingeladen. Es ist eine hochmütige Gesellschaft, sagte sie. Doch da geschah's. Ein heftiger Windstoß brauste der Herr und riss den Eichen und Buchen die Kleider vom Leib. Soviel sie auch jammerten und stöhnten, er riss die bunten Fetzen ab und warf sie zur Erde. Ganz kahl und nackt standen sie nun da. Da lachte der Tannenbaum, wie er noch nie im Leben gelacht hatte. Ich habe es immer gesagt, rief er mit laut vernehmbarer Stimme. Schönheit vergeht, aber Tugend besteht. Äh, äh, machten die Eichen. Seht den Nase weißen Wicht. Aber die Buchen gehenden und taten, als hörten sie nichts. In der Nacht aber fiel es weiß und weich vom Himmel. Es waren tausend und abertausend Schneeflocken. Die hüllten alles ein, wie ein warmes Tuch. Die Eichen und Buchen lagen in ihrem Schneebett und wachten überhaupt nicht mehr auf. Der Tannenbaum aber strahlte. Oh, wie schön! Ich habe ein weißes Kleid mit Perlenstickerei und grünen Spitzen. Ja, Kleider machen Leute. Schade, dass die anderen ihn nicht sahen. Aber die schliefen fest. Nun, es ist schließlich kein Unglück, tröstete er sich. Wenn ich nur einen Spiegel hätte. Da kam ein alter Mann des Weges. Er hatte einen langen Bart und einen Sack auf dem Rücken. Aus dem schauten merkwürdige Sachen heraus. Ein Pferdekopf und zwei Hampelbeine. Daneben ein Peitschenstiel. Vor unserem Baum blieb er stehen. Das trifft sich ja prächtig, sagte der Alte. Der fehlt mir gerade noch. Ich bitte Sie, was wollen Sie? Wollte der Tannenbaum fragen. Aber vor Schrecken blieb er ganz still. Der Mann zog eine Axt hervor und hieb ihn um. Ich sterbe, seufzte er und fiel zur Erde. Aber er starb nicht. Er lag auf einem kleinen Wagen. Vor ihm stand ein liebliches Wesen, das hatte zwei wunderveine Flügel und bloße Füßchen. Ei, Knecht Ruprecht, rief es. Das ist ja das hübscheste Bäumchen, was ich je gesehen habe. Und gut gewachsen. Das war der schönste Augenblick in seinem Leben. Eben wollte er versichern, dass er das schon immer gewusst hatte. Da machte er eine ungeschickte Bewegung und... Bautz! lag er auf der Erde. Christkindchen hob ihn auf. Nein, wie bist du reizend, sagte der Tannenbaum. Ich werde dir einen Kuss geben. Hu! rief es. Eben hat er mich gestochen und lachte. Knecht Ruprecht zog den Wagen. Es ging über ein breites, weißes Feld. Ganz hinten sah man die erleuchteten Fenster eines Dorfes. Wo bringen wir ihn hin? fragte das Christkindchen. Im Schloss haben sie noch keinen. Und der Graf will immer einen besonders hübschen haben. Er hat drei niedliche Kinder. In ein Schloss passe ich sehr gut, sagte der Tannenbaum. Nein, dazu ist er zu klein, sagte Knecht Ruprecht. Dann zu dem Herrn Pastor ins Dorf, schlug Christkindchen vor. Er hat neun kleine Rangen. Dem habe ich gestern ein Bäumchen gebracht, sagte Knecht Ruprecht. Und so viele Kinder machen mich nervös, sagte der Tannenbaum. Ich weiß, lachte das Christkindchen. Ich bringe ihn zum Dorfschmied. Gestern noch weinte die arme, gute Frau. Sie schluchzte, sie hätte kein Geld, einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Ei, das wird eine feine Überraschung. Das will ich meinen, sagte der Tannenbaum. Er wurde in eine dunkle Stube gestellt. Es ist nicht nötig, mich so lange warten zu lassen, knurrte er. Der Sack, den Knecht Ruprecht zu ihm gelegt hatte, öffnete sich vor langer Weile. Ein Pferdchen, ein Hampelmann und eine Peitsche kamen zum Vorschein. Guten Tag, sagte die Tanne. Ich freue mich sehr, sie ganz zu sehen. Da kam Frau Schmid mit einer Lampe herein. Nein, nein, rief sie und schlug die Hände zusammen. Mann, sieh nur, was das Christkindchen für unsere Kleinen gebracht hat. Und die hellen Tränen lief mir über die Backen. Die Hauptsache bin ich, sagte der Tannenbaum, als er in der guten Stube auf dem Tische stand. Er hatte recht. Wunderschön sah er aus. Goldene Nüsse und rote Äpfelchen schaukelten an seinen grünen Zweigen. Viel bunte Lichter steckten an seinen Ästen. Auch Zuckerplätzchen und Silberketten wurden daran gehängt. An seiner Spitze aber schwebte ein wunderliebliches Engelchen. Das ist das Christkind, sagt er, dem ich den Kuss gegeben habe. Ich sehe es an der Ähnlichkeit. Da wurden die Lichter angesteckt. Ihm ward feierlich zumute. Als die Tür aufging, stand er da, in all seiner Pracht herrlich anzuschauen und ganz mucksmäuschenstill. Die Kinder aber jubelten und sangen Stille Nacht Und dann stimmten sie an O Tannenbaum, O Tannenbaum Und der kleine Hans, der bis dahin mit offenem Munde gestanden, fing auch an. O Tannenbaum Die Lichter weinten. Es ging immer Tropf, Tropf Der Vater aber nahm die Bibel. Er schlug die Weihnachtsgeschichte auf und las vor, dass das Christkindchen in dieser Nacht geboren sei. Ja, sagte der Tannenbaum. Es hat zwei wundervolle Flügel. Ich habe es gesehen. Aber die anderen hörten es nicht. Ende von der kleine Tannenbaum Aufgenommen von Julia Niedermeier auf dem Tannenbaum auf dem Tannenbaum und die Bedeutung auf dem Tannenbaum Vielen Dank.